Hallo, hier ist Hund Unterwegs und das hier ist die neue Hose Victoria von Pinewood. Sie ist jetzt gerade angekommen als neue Kollektion und sie ist super weich. Wenn man die anfasst, dann fühlt sie sich ganz, ganz weich an. So ein bisschen so wie Alcantara ist es aber nicht, aber es fühlt sich genauso an. Sie hat hier innen drin eine Membran, die ist winddicht und wasserdicht, so dass die Hose dicht ist bis zu einer Wassersäule von 10.000 Millimetern. Das macht sie sehr warm und für den Herbst und den Winter und das Frühjahr super geeignet. Die Hose hat fünf Taschen, zwei Ballon-Taschen an den Seiten der Oberschenkel, eine Ballon-Tasche hat noch eine kleine Innentasche, wo meiner Meinung nach das Handy reinpasst und die andere Ballon-Tasche hat einen Reißverschluss, so dass man auch etwas sehr sicher verstauen kann. Zwei Eingriff-Taschen an der Seite und eine Tasche am Gesäß mit Reißverschluss. Was ich schön finde ist, dass die Hose hinten ganz hoch geschnitten ist, so dass der Rücken immer schön warm ist. Es gibt hinten ein elastisches Bündchen, so dass die Hose über einen guten Sitz verfügt. Dazu gibt es Gürtelschlaufen oder, wenn man möchte, Knöpfe für die Hosenträger. Innen an dem Bündchen der Hose gibt es eine Verstärkung, wo die Hose sonst immer dreckig wird, wenn man einfach hohe Schuhe anhat. Unten am Bündchen ist die Hose auch noch verstellbar, aber wenn man die Hose in die Gummistiefel ziehen möchte, kann man diese Schnalle einfach rausnehmen, damit es nicht drückt am Knöchel. Passend zu der Viktoria-Hose gibt es auch eine Viktoria-Jacke, die zusammen wunderbar aussehen. Wir wünschen Ihnen mollig warme Tage im Herbst und im Winter mit diesen schönen Pinewood-Sachen. Tschüss, sagt Tuntuntarin.